wenn man hopfen lagen wir können das ja woanders produzieren machen wir das hier jetzt bringen wir die ganzen scheiß da rein das könnte behalten darum macht man sowas in der pause leute hier kommt die gerste rein ich sage immer hopfen aber das ist gerste ein bisschen schlecht gesagt von mir dann brauchen wir noch ein lager für den fertigen alkohol alles ablehnen und das bier kommt hier rein so nur bier und auf geht's zur produktion vom weißbier einer zwei drei da machen wir vier weil das kann man schön exportieren so und jetzt brauchen wir viele leute die was da arbeiten das werden wir wahrscheinlich wieder minus haben da fehlt gewaltig jetzt aber wir können die hier abschalten vorläufig dann fehlen uns nicht so viel weil das sind 80 arbeiten so geht es schon wesentlich besser so haut deswegen lebensmittel haben wir immer noch nicht genug also die produktion muss entweder erhöht werden oder ich weiß auch nicht wie man da machen so was wollt denn ihr alkohol genau genau ja dann müssen wir zuerst lagern legen so das heißt es muss mal hopfen geerntet werden und dann kann man weiter schauen so ernten 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 und danach müssen wir auf die zufriedenheit schauen denn dann werden wir viele viele leute haben so ich lasse aber bevor ich den alkohol gehe ordentlich einlagern und produzieren weil wie gesagt dann geht es um die zufriedenheit da müssen wir mehr zahlen da muss dann richtig was rumkommen weil ansonsten kriegen wir hier aufs maul so geld wie sieht es noch aus wenn man ohne investitionen kommen wir klar also am besten ist wir werden jetzt viel geld machen und nachher schauen wir dann dass man ins plus kommen steuern müssen wir halt dann runtersetzen aber okay arbeitslosigkeit okay wo kommt der hopfen hin hier wieso ist da wir müssen das einschalten hier ist die auch produzieren aber wir haben halt zu wenig leute das ist der scheiß jetzt nehmen die das von den feldern es müsste funktionieren hier müsste jetzt gerste lagern jawohl weil hier dieses ganze zeug da drin ist von den feldern hier das ist halt ein bisschen blöd ja wir haben zu viel weizen das ist es okay wir haben zu viel weizen das heißt wir können mehr produzieren die werden uns sowieso arm fressen das heißt dann brauchen wir nur ein so ein ding da eine mühle und dann kann man nur zwei bäckereien bauen 1 so irgendwo muss ich nur eine rein quetschen scheiße sie ist nirgends mehr platz hier würde ich gerne eine aber das geht nehmen wir ja wir brauchen wieder eine arbeitsstraße sozusagen können wir müssen wirklich irgendwo arbeitsding machen wir das hier aristokraten kriege sowieso keine her also was soll es sollte sperma abgemütlich hier und da ist sie abgesperrt ein servicebetrieb hin und hier kommen die ganzen arbeiter hin so das wird ein arbeitsviertel so jetzt produziert schön alkohol jungs mädels und sonstige leute was haben wir hier oder fehlen viel arbeiter bist du deppert die felder sind bumm voll kann man mit weizen exportieren irgendwie das würde doch geld bringen ich kann nur brot exportieren okay oder wir produzieren fleisch was sowieso vernünftig wäre das ist eine idee wir werden jetzt fleisch produzieren aber da brauche ich noch mehr arbeiter 1 2 3 4 5 zumindest für gewisse leute geht man das nachher frei weil jeder kriegt jetzt nicht hier fleisch so viel habe ich dann so hier wird es gelagert und zwar wissen fleisch alles ablehnen 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 bei uns fehlen die arbeiter ich muss upgraden einfach hier soll glaube ich das bier rein ja arbeitende leute ja das bier ist fertig aber ich brauche leute die felder müssen aufhören zu arbeiten die wissen schon immer wohin mit weizen so jetzt müsst ihr hier aber wer arbeiten ja zumindest kurz es reicht um das lager zu füllen und es reicht dass wir die hier upgraden lassen du nimmst jetzt bier und du nimmst auch bier komm hol dir dein bier ab und du nimmst auch bier die drei lassen wir mal upgraden den da oben können wir inzwischen essen geben dass die auch upgraden so das heißt hier was hin wir brauchen nämlich arbeiter der muss eingeschaltet werden du nimmst das essen an und das war's das können wir auch einschalten dann upgraden die auch wir brauchen nämlich jetzt leute und es sollte hinhauen jawohl der holt sich das essen die werden upgraden wir haben jetzt zwar fehlen der arbeiter aber es müsste reichen dass jetzt leute reinkommen und dann wird die zufriedenheit hier eingeschaltet so jetzt müssten eigentlich gleich leute kommen die müssten eigentlich auch schon viel produziert haben viel gäste das summiert sich mit dem weizen weiß ich gar nicht wohin damit da ist alles bumm voll aber es geht die müssen jetzt langsam mal upgraden und ich glaube dann wollen sie sogar ein theater haben dann können wir es wieder upgraden also was den gröbsten sind wir jetzt raus die frage ist nur wie viel alkohol die jetzt haben wahrscheinlich zu wenig lagernd so kommen jetzt leute oder nicht der müsste aber der crema hier müsste aber eigentlich verteilen jetzt bei brot kriegte habe ich ihn eingeschaltet aber hier arbeitet niemand wie viel man zu wenig leute ich glaube ich habe auch pech leute aber wir haben so wie sowieso zu viel weizen das heißt wenn ich die aber gut wegen neuen leuten das ist entschuldigung leute wir warten jetzt einfach bis die ernte vorbei ist und dann passt es wir machen das jetzt auf die gute alte variante aussitzen die bundesregierung macht es auch also machen auch nichts nützliches wir warten einfach so fertig jetzt müssen wir genug haben es fehlen zwar immer nur leute aber es geht so jetzt holt euch den alkohol produziert den alkohol und so weiter kommt jawohl er holt denn sich oben holt er hoffentlich das essen der crema arbeitet derzeit seine oder nicht komm schnell essen holen bevor das lager wieder gestürmt wird jawohl er hat so und jetzt wird es verteilt oben und dann kriege ich arbeiter wir haben eh schon mehr leute das geht schon rauf das sind die die abreden hier wahrscheinlich oder wer abredet denn hier ah die ok ein theater wollen sie das können sie haben ein kaschballe theater wo ist es denn hier so das geht nur hier zack auf der anderen seite habe ich schon keinen platz mehr scheiße hier könnte ich es nur hinsetzen ne das geht sich auch nicht aus scheiße wo setze ich denn hier das theater hin fuck wir haben hier keinen platz ich weiß nicht wo wir es hinsetzen hier ich weiß nicht wo wir es hinsetzen hier Theater geht das jetzt so ja das geht die gehen zwar jetzt ein bisschen an umweg aber was soll ich machen geht nicht anders so dann können die upgraden so jetzt brauchen die kaufmanns utensilien da geht es jetzt nur um die arbeit der leute mehr lasse ich die gar nicht upgraden das ist nur das arbeitsvolk unser ziel ist ja geld und aristokraten das heißt eigentlich ist das e-verkehr so die downgraden schon wieder wenn dann wahrscheinlich das bier ausgeht wo das theater ja gutes theater das müsste die aber eigentlich hoch treiben jetzt weil da geht ja schon spazieren der typ das sind jetzt stufe 4 oder was ne stufe 5 ja aber sie upgraden schon wieder so passt leute kriegen wir zufriedenheit da müssen wir uns jetzt auch darum kümmern wir haben zu hohe steuern ich muss das jetzt runter setzen ansonsten haben wir ein richtiges problem aber schauen wir mal die zufriedenheit an da müssen wir zurück gehen minus 8 geben uns die steuern das ist einfach zu viel das geht nicht wir müssen da runter gehen normale steuern dann sind sie schon eine spur glücklicher seht ihr niedrige löhne ist noch okay oder die haben wir da glaube ich auf niedrig gestellt ja 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 ich habe jetzt nichts zu verschenken im moment so und so können wir da gemütlich dahin legen dahin leben ähm fleisch ja ich sage mir so vorläufig können wir es denen ja geben und nachher können wir es ja oder wir exportieren es wir machen jetzt ein bisschen geld aber das ist fast nichts wert da muss vorläufig exportieren und nachher wieso arbeitet hier niemand wollte mich verarschen und nachher werden wir es dann der bevölkerung natürlich geben aber im moment noch nicht so sollte er hinhauen leute sollten wir auch kriegen es fehlen natürlich noch viele leute die produktion muss vorangehen wir haben immer noch zu wenig arbeiter das ist halt scheiße ist das ne wenn die produktion vom alkohol geht eben nicht voran weil hier alles blockiert ist und dann können die nicht upgraden und bla 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 ihr seht ja wie die downgraden ich verlange nach mehr nahrung ja nahrung ja dann nimmt euch noch nahrung wow wir haben jetzt leute verloren so ein haufen die ziehen alle aus ey was ist euer problem ihr fuzzis nahrung haben sie keine hä warum ihr müsst nur zugreifen leute verstehe ich nicht jetzt haben wir ein richtiges problem so wir müssen diese felder jetzt abschalten das geht einfach nicht anders mir fehlen die arbeiter und unser ganzes system hier kollabiert gerade das ist ein riesenproblem so die müssen wir jetzt alle abschalten hier wir haben ja genug so nachher schalten wir sie natürlich wieder an alles klar so wieviel fehlen jetzt jetzt müsste es besser gehen aber 2,16 das ist jetzt nicht wenig aber die lager müssen arbeiten das ist das problem hier arbeitet kein schwanz die könnten aber die auch abschalten hier die schalten wir auch ab so jetzt haben wir aber wirklich genug arbeiter oder es fehlt zwar immer noch aber es geht darum dass die lager arbeiten muss man noch mehr abschalten so so haben wir jetzt genug 80 das geht zumindest dass die lager arbeiten dann können wir alkohol produzieren es kommen leute und ihr wisst was ich meine so läuft es die downgraden und mir fehlen immer mehr leute so auf was upgraden die auf stufe 6 ja stufe 6 das sollten sie jetzt alle dann mal und dann sollte das hinhauen nahrung brauchen sie nahrung brauchen sie so wir können nur bäckereien bauen wer ihr seht das stapelt sich das heißt eine weitere bäckerei ist noch drin das geht sie hier schön aus das geht sie hier schön aus so so hier müsste es sich eigentlich auch stapeln nö da haben wir sogar zu wenig ok ja zu wenig nicht aber es geht so die arbeitslosenquote ist hoch jetzt können wir das langsam wieder einschalten da es kommen nämlich x leute das heißt wir sind jetzt aus dem gröbsten raus es läuft jetzt wir haben jetzt den kreislauf durchbrochen so das war aber eine schwierige geburt leute so alles wieder einschalten das macht es nicht irgendwie generell viele markieren kann das ist ein bisschen ungut was was gibt es da zu revoltieren oh gott wo 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 revoltieren sie die machen irgendwas kaputt die schweine aber wo das ist die frage hmm irgendwo haben sie mir was kaputt gemacht die pistenhelden ja ich werde sie dann sehen und derzeit ich kann nichts finden was kaputt ist derzeit hmm vielleicht haben sie auch schon aufgehört wieder wie schaut es denn aus arbeitslosigkeit ist hoch gut dann werden wir mal dagegen ankämpfen zack 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 und zack so wie schaut es jetzt aus jawohl ist ein bisschen runter gegangen sobald die felder in betrieb sind geht das auch hier arbeitet niemand ja ist klar ist klar so essen haben wir genug arbeitslosenquote ist beschissen aber okay die kriegen schon arbeit das ist nicht das problem läuft 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 so die haben alle schon abgegratet wie schaut denn bei euch so aus da könnt ihr auch theater mal spendieren die frage ist nur wohin gebe ich das das kann man hier hingeben aber da hinten hat es ja nicht keinen kreislauf da müsste ich die häuser hier kaputt machen gut aber müssen wir dann halt ne los geht's bitte schön das theater ist hier ihr könnt upgraden jetzt fehlen sogar nur arbeiter ja ja aber das ist okay ein paar kommen ja nur rein so hier brauchen wir auf jeden fall nur felder und dann läuft es so alkohol haben sie alle also den kreislauf haben wir durchbrochen ein paar leute sollten jetzt auch noch reinkommen hier die kommen auch schon wie viel fehlen denn 92 gut ich schätze mal 2000 werden wir zusammen kriegen locker das müsste hinhauen wie viel fehlen jetzt noch 54 ja es wird immer mal zwei gerechnet was fehlt glaube ich weil pro zwei mann die kommen mache ich nur einen fehlenden weg irgendwie so komisch so ja wir könnten die da mal upgraden lassen was brauchten hier ach so man kann ich ein drottel wir haben das noch nicht verschönert darum upgraden die nicht oh bin ich ein hanswurst das habe ich vergessen hier haben wir nur einen platz für irgendwas das habe ich vergessen wie kann man sowas vergessen das ist schon wichtig so paar blümchen kriegt ihr noch und jetzt sollten sie upgraden alkohol wollen sie aber das lassen wir jetzt mal weil so viel haben wir auch nicht lagern ein bisschen nur aber wir haben den kreislauf durchbrochen die müssten jetzt eigentlich gleich abqueden hier ja da kommen schon leute genau und wir haben dann genug arbeiter ja arbeitslosigkeit geht nach oben wir haben genug weizen also wir haben von allen genug bäckereien kann ja auch noch brauchen und wir können das brot langsam verkaufen wir haben wirklich genug so brot verkaufen los geht's da haben wir genug davon das können wir verkaufen und ein bisschen geld machen so kohle kriegen wir ohne ende die leute sind zufrieden wir können uns jetzt mal um die gasproduktion kümmern habe ich jetzt eigentlich nur da bäckereien gebaut ich weiß jetzt nicht aber ich glaube schon wie sieht es hier aus viel lagern können die produzieren alles lagern das ist das produzieren schon gar nicht mehr weil sie alles hier voll haben ich würde sagen eine bäckerei geht sie auf jeden fall nur aus also so würde ich einfach nur sagen beziehungsweise die bäckereien die produzieren auch glaube ich immer langsam weil hier kein platz mehr ist aber ist ja kein problem wir exportieren jetzt jawohl ja der kreislauf ist im betrieb sozusagen alkohol auch wir können die jetzt upgraden lassen ihr kriegt auch alkohol dann das machen wir aber nachher weil sonst kriege ich jetzt zu viele arbeitslose zusammen ne jetzt machen wir die gasproduktion so jetzt muss ich schauen wo ist überall gas eigentlich nur hier in der mitte gut dann müssen wir sie hier hin bauen ich brauche eine straße hier haben wir glaube ich einige rausgebaut genau das heißt ich brauche auch eine brücke Brücke können wir hier machen und eine schöne street ja super ja super das muss weg ja das geht nicht weg super die brücke war für den arsch da kann ich nichts bauen hier so ein dreck gut dann bauen wir es hier okay das kann weg und da drüben bauen wir die gasproduktion jetzt und zwar den dicken hier wir müssen das ein bisschen plattsparend machen so hier und der kann 8000 gas lagern gut er kriegt aber nur ein gaslager hier hin und einen versorgerbetrieb und eine schöne straße zack und bang nach oben wunderbar da drüben kann er gas kriegen dann wir machen wieder mal einen cut wenn es euch gefallen hat abonniert mich liked mich schreibt einen kommentar ich würde mich wirklich darüber freuen bis zum nächsten mal euer zocker andy von gameplay deluxe tschüss dann tschüss von Outro Outro Outro